Jetzt ist aber Ruhe, es geht gleich los. Und bei einer Grippewelle versterben mehr Leute als bei Covid. Auch der Nutzen von FFP2-Masken wurde vom RKI infrage gestellt. Also interessant finde ich ja die Aussage mit der Grippe. Gab's doch in der Corona-Zeit gar keine Grippe, war die doch ausgestorben und ist nach dem ganzen Corona-Theater wieder auferstanden. Nun denn, mein erstes Resümee zu dem RKI-Protokoll ist das, was wir alle sowieso schon wussten. Das Ganze war politisch gesteuert. Ja, gewünscht. Die RKI-Protokolle zeigen, dass die Politik entgegen der RKI-Empfehlung grundrechtseinschränkende und zum Teil schwer diskriminierende Maßnahmen verabschiedet hat, die sich nicht am Stand der Wissenschaft orientierten. Somit war wohl die Pandemie keine wissenschaftlich Begründete, sondern eine von der Politik gesteuerte. Kurzum, die ganzen Querdenker, Schwurbler und Massengegner hatten alle von Anfang an recht. Reichten durch ca. 5 Minuten Recherche im Internet aus, um die Horrormeldungen der Regierung und der Staatsmedien zu entkräften. So ist für uns, die das alles eh schon wussten, die Veröffentlichung der RKI-Protokolle nicht mehr als eine Bestätigung von dem, was wir sowieso schon alle wussten. Viel interessanter wird jetzt sein, wie all diejenigen reagieren, die der Regierung und ihren Medien glaubten und selbst die idiotischste, unlogischste Maßnahme umsetzen. Nun gut, viel Hoffnung auf eine Einsicht habe ich da nicht. Müsste sich doch der Gläubige eingestehen, dass er sich in Zukunft besser außerhalb des Mainstreams und der öffentlich-rechtlichen Medien informiert und eine gesunde Kritik gegenüber der Regierung entwickelt. Und das nicht nur beim Thema Corona, sondern auch beim Klimawandel und all den anderen Gefahren, die unsere Regierung mithilfe der Staatsmedien propagiert. So müssten all die Staatsgläubigen ihren Glauben fallen lassen und wieder ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen. Sie müssten sich eingestehen, dass sie Opfer einer Gehirnwäsche, einer Marketingkampagne geworden sind, die das Ziel hatte, das Volk zu unterdrücken und zu spalten. Ja, so mancher hat auch mitgemacht und mitverdient und die Ungeimpften und Maskenverweigerer aktiv diffamiert. So wäre eine weitere Aufklärung dieses Skandals nicht im Interesse der Gläubigen aus der Corona-Gemeinde. Wäre es doch eine Bestätigung dafür, dass man sich aber wirklich so richtig verarschen ließ. So glaube ich, dass wir kein Interesse an Aufklärung erwarten können von Verwandten, Bekannten, Gastronomen oder Einzelhändlern, die uns diffamiert haben. Und schon gar nicht von den verantwortlichen Politikern und Medien. So sind wahrscheinlich die Einzigen, die wirklich Interesse an einer Aufarbeitung, Wiedergutmachung und Bestrafung der Verantwortlichen interessiert sind. Alleine wir, die bösen Schwurbler, Querdenker, Rechter und Feinde der Demokratie. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.